So, nimmt das eigentlich Ton auf? Ich glaube ja, ein bisschen. Können wir ja gar nicht wissen. Da kommt die Bahn. Juhu! Es ist ja zum Glück nicht viel los. So alte Menschen drücken. Ja gut, aber hier ist da auch so warm. Ich will mal das in der Stufe fahren, dann kriegst du dich gar nicht hoch. Ja, du musst so ein bisschen nach hinten. Jetzt hab ich dich nach hinten rein. So. Ich krieg dich gar nicht rein. Nee, dann nach hinten. Nach hinten kippen. Ja, ein bisschen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja ganz leicht. Ja, das scheint das auch schon. Ist das so schwach? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bitte? Was suchen Sie denn? Da sind wir. Und was suchen Sie an der Hauptwache? Na ja, dann sagen Sie doch welches, dann helfe ich Ihnen. Ja. Ach, die sind ja nicht wahr. Aber der kann uns, die helfen uns auch. Wer? Auch wenn Sie die Plakate haben. Ach, die, ja. Die muss man ansprechen, dann helfen die. Die müssen sie. Aber Sie haben so einen kleinen Mann. Haben Sie sich den auch gesucht? Wen? Jeden jungen Mann oder jungen Frau? Mich ausgesucht? Nein, ob Sie mich ausgesucht haben. Ja, das ist meine Betreuung. Die hilft mir im Alltag. Aber das ist eine sehr freundliche junge Dame. Sind Sie zu glücklich? Ich bin glücklich, dass ich geholfen bekomme, ja. Sonst das ja hier mit dem Aufzugsehende allein so lang zu warten. Haben Sie gedrückt? Jetzt leuchtet's blau. Jetzt kommt er aus. Sehen Sie? So, jetzt können Sie eintreten. Es ist offen. Ich muss sagen, wir fahren uns dann oben. Ja. Vielleicht, wenn Sie Ihren Wagen eng zu sich nehmen, dann sehen Sie, wir passen zusammen. Nee, aber nicht so ruhig. Ich habe ein schönes Bein. Ja, wir passen auf. Kein Problem. Komm, komm, komm. Wie weit fahren wir jetzt? Na, wir fahren jetzt hoch auf die Ebene. Ich habe immer gedrückt, genau. Da braucht es nicht. Ganz hoch auf die Ebene. Na, Sie müssen gerne jetzt in den nächsten Fahrstuhl wieder. Ja. Da, Ausgang Hauptwache, da steht's. Da müssen Sie jetzt schauen. Wir fahren jetzt auf die B-Ebene und dann gibt's nochmal einen Aufzug. Oder hier die Treppe, aber das ist wahrscheinlich für Sie zu schwierig, oder? Ach, das meinst du nicht. So, wir gehen zuerst rückwärts und dann haben Sie die freie Fahrt. Ja, gehen Sie mal. Ja, ich muss geschoben werden. Guck mal auf Stopp. So, musst du achten? Guck mal auf Stopp, das reicht, oder?